Goschigi Kawai, 40 cm Nisai, weiblich. Sehr schöner Goschigi. Kawai macht sehr schöne Goschigi. Wären alle vom Grau her ziemlich dunkel. Also wird zum Schluss ein richtig schöner Fisch, wenn die Entwicklung fertig ist. Hat einen sehr langen Kopf, also kann groß werden. 70 cm ist da ein realistisches Maß, ist weiblich. Ich glaube, das habe ich schon gesagt. Hat sehr schöne Flossen. Gute, ausgewogenen, gestreckten Körper und wie gesagt, langer Kopf. Also sehr schöner Goschigi, gute Qualität.